Hier ist Freude, live für euch in Rileys Kopf. Hallo. Ich bin zweifelnd. Eine neue Emotion? Wir wollten echt einen guten ersten Eindruck machen. Was meinst du mit wir? Das ist unruhig. Null Böck. Ich bin neid. Das ist peinlich. Träumen. Wie kann mich mal jemand kneifen? Alle steht Kopf 2 im Kino. Eine abtrünnige Emotion hat die Kommandozentrale übernommen. Rileys Leben braucht jetzt ambitioniertere Emotionen als euch. Bis dann. Aufschneiden. Alles steht Kopf 2. Haltet mich. Ich mein's ernst. Haltet mich. Du hast einen Fallschirm? Die Frage ist, warum habt ihr keinen? Im Kino. Es ist Abrister. Die Gefühle. Was soll das? Spielen verrückt. Hallo. Ich bin zweifelnd. Eine neue Emotion. Ich bin neid. Das ist unruhig. Das bedeutet Null Böck. Das ist peinlich. Los geht's. Riley raucht jetzt ambitioniertere Emotionen als euch. Operation Neue Riley beginnt. Alles steht Kopf 2. Yay. Im Kino. Jede Emotion ist gut für Riley. Gut. Feinlich. Angst. Zweifel. Ekel. Ennui. Bummer. Leid. Und Menschenskinder. Einer da aus Supermaus. Kräutel. Ich bin zweifelnd. Eine von Rileys neuen Emotionen. Und wir sind super geflasht hier zu sein. Wisst ihr noch, als wir endlich in der Kommandozentrale angekommen sind? Nostalgie. Das war vor 30 Sekunden. Ja. Das waren noch Zeiten. Alles steht Kopf 2. Im Kino. Ich bin zweifelnd. Wir richten unseren Blick auf die Zukunft. Auf jeden Fehler, den sie machen könnte. Okay. Wie kann ich helfen? Ich kann mitschreiben. Kaffee holen. Termine machen. Dein Hund ausführen. Ja, beim Schlafen zu sehen. Wow. Du hast ja ne Menge Energie. Alles steht Kopf 2. Im Kino. Das ist Henri. Und was? Das bedeutet Null Bock. Ich nenne dich Oui Oui. So old school. Wir alle haben eine Aufgabe. Ich warte mein ganzes Leben auf diesen Moment. Also machen wir das Team bereit. Henri, hast du überhaupt zu? No. Wir sind verloren. Alles steht Kopf 2. Im Kino. Ich bin so groß wie ihr. Ich bin Knight. Jede Emotion ist gut. Wow. Eine Einladung. Nicht ziehen. Wir brauchen auch solche Sachen. Was tragst du da? Alles steht Kopf 2. Im Kino.